Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5209. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hier seht ihr die Verkäufe der letzten vier Wochen. Ich bin sehr zufrieden damit. Hier seht ihr die Verkäufe der letzten vier Wochen. Ich bin sehr zufrieden damit. Egal was auch passiert. Ich stehe zu dir und unterstütze dich bei allem, was du planst. Egal was auch passiert. Ich stehe zu dir und unterstütze dich bei allem, was du planst. Egal was auch passiert. Ich stehe zu dir und unterstütze dich bei allem, was du planst. In einem Raum der Arztpraxis befindet sich ein Modell eines menschlichen Skeletts. In einem Raum der Arztpraxis befindet sich ein Modell eines menschlichen Skeletts. Das Flugzeug ist soeben gelandet. Meine Mutter überprüft, ob ich Fieber habe. Wenn du dir ein Auge zuhältst, wirst du nicht die ganze Schönheit der Welt sehen. Autoren schreiben Romane, Kurzgeschichten, Gedichte, Sachbücher, Artikel und vieles mehr. Autoren schreiben Romane, Kurzgeschichten, Gedichte, Sachbücher, Artikel und vieles mehr. Autoren schreiben Romane, Kurzgeschichten, Gedichte, Sachbücher, Artikel und vieles mehr. Danke, dass du immer für mich da bist. Danke, dass du immer für mich da bist. Hast du die Frau mit dem Gewehr gesehen? Was macht sie hier? Hast du die Frau mit dem Gewehr gesehen? Was macht sie hier? Ich bin froh, dass ich das Rentenalter erreicht habe und nicht mehr arbeiten muss. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin froh, dass ich die Frau mit dem Gewehr gesehen habe. Ich bin froh, dass ich die Frau mit dem Gewehr gesehen habe. Ich bin froh, dass ich die Frau mit dem Gewehr gesehen habe.